Beamte in der russischen Region Kursk haben am Donnerstag die Zwangsevakuierung der Einwohner des gesamten Bezirks Kluschkovo angeordnet. Der Gouverneur der Region Kursk, Alexei Smirnov, appellierte am Donnerstag an die Bewohner des Bezirks, die gegenwärtige Situation zu verstehen und alle Anweisungen der Sicherheitsbehörden und der lokalen Behörden zu befolgen. Am Mittwoch äußerten die ukrainischen Behörden Besorgnis über die humanitäre Lage in der Region Kursk und erklärten ihre Bereitschaft, den vertriebenen Russen zu helfen, einschließlich derjenigen, die in die Ukraine umgesiedelt werden möchten. Die Ukraine handelt in Übereinstimmung mit allen Normen des internationalen humanitären Rechts. Wir werden den Zivilisten in der Region Kursk den notwendigen Schutz und humanitäre Unterstützung bieten, schrieb das ukrainische Ministerium für Reintegration auf Facebook. Der Bezirk Kluschkovo liegt in der Nähe des Bezirks Soja, der das Schlachtfeld der schwersten Kämpfe seit Beginn des ukrainischen Einmarsches auf russischem Boden am 6. August war. Dieser Bezirk hatte vor dem Krieg eine Bevölkerung von etwa 20.000 Einwohnern. Ukrainische Beamte behaupten, dass sie 74 Siedlungen und eine Fläche von 1.000 Quadratkilometern russischen Territoriums unter Kontrolle haben. Russland hat den föderalen Ausnahmezustand in der Region Kursk und den regionalen Ausnahmezustand in der benachbarten Region Belgorod ausgerufen. Moskau hat außerdem einen Antiterroreinsatz in den Regionen Kursk, Belgorod und Briansk erklärt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.